Was macht denn einen guten Horrorfilm aus, Ihrer Meinung nach? Vor allen Dingen, also es ist eine Mischung aus dem, was nicht überraschend ist, dass immer Sachen passieren, die wir wissen, dass sie passieren. Die Geschichte, das Wichtige ist, glaube ich, dass die Geschichte darum geht, dass die Leute im Unvermeidlichen ausweichen wollen. Also sie wissen schon, es passiert etwas, es droht etwas, das macht es auch spannend für uns. Und sie versuchen zu entkommen, aber man sieht immer, alle schaffen es nicht, alle werden sozusagen irgendwie gemeuchelt oder so, mit der Kettensäge gejagt. Also das macht, glaube ich, viel aus. Und warum schaut man sich überhaupt Horrorfilme an? Ein wichtiges Motiv, was es auch schon früher erzählgeschichtlich gibt, ist, dass Menschen eben auch aus Angst so etwas wie Lust oder Spannung empfinden können. Also diese Lust und das Interesse, Angst zu empfinden, das gibt es schon lange und das ist das, was da ganz stark bedient wird, diese, vielleicht auch, weil es etwas ist, was nicht mehr so viel erlebt wird, also wirklich Angst zu haben und verfolgt zu werden. Und das empfinden viele Menschen eben als erstrebenswertes Motiv, so etwas anzuschauen. Sind denn Horrorfilme generell beliebt, können Sie das sagen? Wir sind immer so im Mittelfeld, aber relativ konstant. Und wir haben vorhin geschaut, gemeinsam, dass das sich auch wieder zugenommen hat, die Beliebtheit von Horrorfilmen, dass wieder stärker Horrorfilme sich auch finden, also mehr, dass es da mehr gibt. Das ist nicht immer alles im Premium-Bereich sozusagen, aber insgesamt bei den Filmen spielt das schon eine recht große Rolle und zunehmend. Aber es ist sehr konstant, nicht so stark wechselnd wie bei anderen Genres, sondern eher konstant, vielleicht ist es weiter und in den letzten Jahren ein Anstieg. Was können wir uns denn in der Zukunft bei Horrorfilmen erwarten, vor allem auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz? Also künstliche Intelligenz kann natürlich jetzt schon viel übernehmen, was so Drehbucharbeit und so angeht. Zum Beispiel, dass Dialoge sozusagen geschrieben oder verbessert werden, dass man nur das Setting schreibt, was ohnehin am Anfang des Drehbuchs nochmal steht und da ein Dialog formuliert wird. Und sowas kann ich mir ganz gut vorstellen, wahrscheinlich wird sowas schon gemacht. Vor allem das Verbessern von Dialogen. Im Bereich, und wir sehen es auch schon bei der Postproduktion, also Hintergründe, Colorgrading, sowas alles, das kann alles schon so gemacht werden. Bei Schauspielerinnen und Schauspielern denke ich, dass es noch länger, wie wir mit normalen Schauspielern und Schauspielern auch, dass sie uns auch besser gefallen werden, dass die Vorliebe da bleiben wird. Nicht ewig, aber zumindest noch längere Zeit, weil die einfach anders agieren und Gefühle und Emotionen und sowas zeigen können, das auch gelernt haben, das auszudrücken. Und das wird KI so schnell zumindest nicht ersetzen.